alles gut schlüsselt wir jetzt noch mal machen keine sorge es wird noch mal battles geben und wenn ihr nicht abonniert habe das jetzt der perfekte zeitpunkt leute haut mal ein abo raus und haut mal ein like aus passt ja ich finde es ja geil wie viele leute jetzt noch so zu spieler stunde da sind 80 auch gerade und los geht's habe verstanden der nebel blockiert unsere repräsentation wird hierauf bitte einsatzbereit ausweich manöver der nebel blockiert und welche die leute komm 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 unterwegs wir warten zuerst auf dem weg zu leute und jetzt kommen gleich auch wenn ihr perfekt perfekt jetzt wird auch hier sehr geil leute sehr geil intercept der geschwader meldet sich wie befohlen da kommt es jetzt da kommen sie leute da geht es los leute es ist so für den arsch jetzt gibt es erstmal geld mannys leute hier unten sieht es nicht so gut aus leute doch eigentlich schon jetzt wieder auf die mit drauf ich glaube der hat den vorteil gerade nation ist gleich heute naja die wir unten sind perfekt leute dann wollen wir gleich die nächsten auf der wochen weil ich müsste wieder oben hat macht kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon dass sie daraus sagen verliebt ein bisschen zeit wie kann ich jetzt gleich wohl die erwarten haben information und schon leute kommt schon kommt schon gibt mir die mina perfekt jetzt geht es vorwärts hier perfekt jetzt haben wir noch den vorteil die menge haben dann passt das perfekt leute super geil und cool die mina ist jetzt so das ist jetzt böse da hängen wir jetzt ein stück weit hinterher ich glaube da ist lieber besser wahrscheinlich als wir sogar oje schon kommt schon ein bisschen zweck überholen leute jetzt haben wir ganz großes problem wir haben jetzt den geld vater da kommt die korrekte scheiße fakt ist gut wie leute nicht schon wobei erstmal raus dann kommen wir dich raus und danach haben die einen raus ich war diese fregatten die haben da nicht so viel power das sollte nicht reichen anweisungen empfangen ist sie kaputt zu machen wir haben es extrem den geldvorteil leute die und antrieb bereit melde mich so geschwörter ein ja schon jetzt auch los zwei minen macht kaputt hier ja komm schon lieber offen noch nach klammer unterwegs perfekt und vorwärts hier auf dem weg auf die bitte perfekt super haben sie auch über das keine schilder dann ist sehr geil drüben ist der neuer im weg fregatter uns wird wehtun leute das wird wehtun mit dem sensor den raus hier verloren leute das wird da die verteidigen können jetzt hier sehr geil jetzt noch mehr leute ich habe ja nicht immer raus hier bitte mit dir hallo her bitte kommst du jetzt hier rüber jetzt geht es darauf los leute wieder abgehauen hier nicht schön oder kommt neben dem weg das tut weh leute jetzt hier auf die fregatte da und ich hatte mal schnell hier oben drauf leute wir sind bald da ja feuer frei neue wieso ist der dauerne neu was war das jetzt hier auch gleich dauerne gang perfekt auf in diesem sektor alles nicht oben ist jetzt wichtig leute die schlacht da das nächste dauerne unser leser wurden zerstört unser anweisungen erhalten wir sind da und perfekt wieso sind die schilder sofort dann was macht ihr denn da dass ich keine schilder habe leute ich weiß nicht was es ist ich das mal an hier sie kommen schilder nicht da und ich war wahrscheinlich oben im nebel gerade zu nah dran oder wie das passt das passt mich halt eine menge leute ich glaube das ist mit alter der menschen verkackt diese korrekte endlich damit ist ja leute das war es jetzt ich habe es vielleicht den geldvorteil das geld einfach alles hier das ist traurig ich bin getroffen schön die fregatte hier ziehen wir auch gleich da unten hier nicht schön jetzt der geldvorteil wieder da hin das soll jetzt wehtun leute aufrückchen bitte man hat hier unten unseren vorteil reinholt das war kacke mit den rebellen da oben soo das wird jetzt hier unten gleich kumpel der angriff da drüben war echt ein flop muss ich sagen der war nicht der flop jetzt wieder zurück zu unserer base hier drüben oje leute oje 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 jetzt können wir wieder bauen hier empfangen nachricht so noch hier raushauen gleich zwei stück wird produziert ich will die mine haben leute komm schon 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 hier ja jetzt gab die drüben an leute jetzt drauf ich habe einen job für mich ich bin unterwegs verstanden melde mich liebepol ich bin schon wieder dauernd warum ich bin da heute online so jetzt kommt ein paar leute unterwegs verstanden ich möchte hier rauf leute ja 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 ich bin raus das ist definitiv ein cooles gameschroes definitiv ein geiles game ja also ja also unsere startrampe wurde ausgeschaltet haben den raketenwerfer verloren so dass ich noch ein bisschen die karte kaputt machen leute aber ich kann nichts mehr tun hier ich habe ein paar bombe rausschmeißen ich sage jetzt nicht zurück ich versuche ein bisschen hochzuhallen hier kommt zurzeit so perfekt ist kommt die bombe hier sehr geil die hat auch noch mal wegetan ordentlich so also die basis hält noch ein weich schläuter kann auch ein paar bombe rausschmeißen um hier noch ein bisschen gleich was weg zu hauen da kein bombe offensiver aber ich glaube dass wir nichts mehr wie mehr viele erfahrten was braucht eine rase fahrt ist noch nicht da naja leute das war's ich versuche noch ein bisschen hier nach stent zu machen aber ich muss das mal an hier ich glaube ich jetzt einfach weg er ist gar keine gefahr mehr hier steht rum oh je jetzt kommen die bombe offensiver drohen hier drüben ja wohl kommander wollen wir drücken jetzt sind wir schon auf die laser hier vielleicht können wir noch was retten empfangen ich meine die hauen das hier schon weg guck mich das mal an die macht damage so rauf da aber ja zwei bombe sind übrig geblieben leute das taue ich ey ja ist jetzt down das war's ja gut das war sein als jetzt kann ich auch nichts mehr machen gg an dich luka da hat mich auf jeden Fall platt gemacht ey ja klar man es ja jeder kann mit zocken ich mache jetzt noch eine stunde ungefähr danach ist auch schluss und übrigens für alles interessiert ich werde diese ganzen online battles in star of empire wo nochmal zurecht schneiden und ich werde dir nochmal als separate videos hochladen ab nächste woche geht los also empire at war kommt dann zum beispiel empire es kommt dazu ich möchte ein bisschen mehr multiple content bringen und deswegen habe ich mir kommen machen wir schon vieles teams hier ja freut mich freut mich ich würde mal sagen der grund warum ich verkackt habe war dass du oben in der nordmine dass wir die ganze die schilder weg waren ich weiß nicht woran es lag kannst du mir das erklären also ich habe an dieser akklamator hingeschmissen ich dachte eigentlich wird das ich war in überzahl oft genug bei der akklamatoren aber die schilder war einfach nie da und dadurch habe ich den nachteil gehabt dass sie sofort da umgegangen sind und ich konnte es mir nicht erklären warum konnte ich mir nicht dann habe ich zu viel da oben rein investiert dann ging es nicht mehr ich habe unten nochmal kurz ein bisschen gegenhalten können aber naja ihr seht es ja ich bin mir draufgegangen sieben akklamatoren sind draufgegangen sieben alter äh die lock